Schaut euch mal die vielen Nanis da an. Wie können die sich retten? Das Rätsel wird gleich gelöst. Ja, da stehen sie alle, die Nanis, und überlegen sich, wie kommen die hier weg? Das Gift kommt schon und eine Nani hat die Idee hier. Verwendet die Ulti, Piep fliegt da um die Fässer rum in die Mitte und sie portiert sich zu Piep. Sehr cooler Trick, wie man diese Map hier bezwingen kann. Das Ganze geht mit dem Gadget von Nani, wo sie Piep explodieren lässt und sich dahin teleportiert.